hallo und willkommen zu einem weiteren video von mir ja das ist ein ganz kurzes video das ist wieder nämlich der red 15 und ich werde den kurz schnell weiter klicken ja heute ist ja auch erst 18 gestartet ich spiele drauf und ich wollte mich als erstes geheim halten also nicht geheime anonyme zeugen spielen aber dachte ich es sei eigentlich egal ob ich jetzt anonym spielt oder nicht ja das ist 16 16 ist das und ja hier kommt die hydra das ist stärker ist schon wieder entgegner ich glaube es wieder entgegner interessant er ist entgegner wieder nice damage und ich mache den letzten schlag ja das war right im schnell durchlaufen und ja hier kann ich euch mal kurz durch zeigen das bin ich sehen vorher heiße ich bei der gilt es ihnen wichtig muss die dingen denke ich ausblenden die den bonus falls sie sehen falls man jetzt hat gesehen hat wo bin 42 habe relativ gutes sammelalbum zwölf prozent geht eigentlich noch ganz gut hier hat gar kein sammelalbum 4,8 das habe ich besser 4,6 22 die karriere der haut übel 3 13 ist ziemlich gut auch also ja weil es ja auch der erste tag ist 0,6 hat wahrscheinlich erst geholt jahr 10 prozent da bin ich denke ich noch gut dabei schauen wir jetzt auf diese waffe und ja erst dann schon geschafft und ja das war es dann wieder von mir morgen sieht man sicher dann bei dem großen special und bis dann leute